Ich müsste mal offline, ich muss mir zeigen, wo du bist. Das geht, das geht. Ja, ich weiss, ich weiss, ich weiss. Auf die Müllsäge musst du drauf springen. Müllsäge. Du kommst nach hinten raus. Oh? Ja, 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 komm, 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 komm. Risch, 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 risch. Du hast voll einer am Lattenzaun. Boah, nö. Rennt die Kolonne los, fünfmal, nö. Rennt die Automete rüber, nö. Hier. Fünf. Wie geht's? Boah, nö. Okay. Hast du überhaupt die Miefe gekommen? So, hier. Wir sind fünf. Okay, da hat er nicht den Streamer, okay, gell. Oh, vor uns. Wo? Aufs Sniper, es gab. Oben auf dem Turm. Ich bin grad in den Kusch gegangen, ey. Oh, oh. Hallo. Mal gucken, wer ihn gekriegt hat. Müssen wir erstmal knobeln. Achtung, ich hab meine Nähte und die Brücke. Ja? Ja. Schöne M sind sehr sugar. Oh, auf Platz. Platz, 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 Platz. Nee, nee, das ist der Gäste. Gäste. Ich geh, äh, 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 vier Halle rein. Kommt er mit? Ossi. Ossimi. 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 Wo ist denn die? Warte mal, Schocki, ich bleib. Warte mal, da kommt bestimmt der rum. Ich geh in die Halle rein. Ich bin in die M4 Halle drin. Ich bin auch in der Halle. Keine Ahnung, was das für eine ist. Ich bin in die M4 Halle. Es rottet alles rum hier drin. Ich geh jetzt auf den roten Container in der M4 Halle. Ossimi. Wo seid ihr alle? Ich bin am Zug. Ich bin nach draußen vor der, vor der Dings Halle. Ich bin, äh, auch, äh, Brücke Richtung Old Gas am Zug. Schies. Skyf Minus. Skyf Minus. Ich bin jetzt am Container in der M4 Halle am Sniper. Ich bin hier. Aber was, Gas Station hat sicher was geschossen. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon looten. Äh, ist links die M4 Halle ja, ne? Rechts die M4 Halle. Gerade aus wie du da bist. Hast du jetzt irgendwann die Gleise mit dir? Äh, ich. Hier sind alle oben. Also ich und Toni. Ja, ich hab was gesehen. Gas Station. Ja. Hinten rein. Ich komm nach vorne. Ist was hinten rein. Roter Container. Roter Container. Roter Container. Ich bin jetzt sicher, ich hab ein Scaffer. Äh, aber, aber Shortcut bist du noch nicht, ne? Ja. Scaff vor mir. Äh, ich lauf Shortcut. Ich hab Scaffer nicht. Scaffer ist vorbeigelaufen bei mir. Hab nicht geschossen. Sniper Facing ist clean. Richtig. Nicht. Ich lauf grad ein bisschen versteckte Bewegung. Ich bin, äh. Wer sitzt denn jetzt mit mir oben an Bahnschienen? Ich. Wie der Scaff. Martin, okay. Ich bin unten, links bei euch. Da hinten ist was geräumt. Da hinten hab ich über die Quarung gesprungen. Wo? Wo? Hinten bei das Schienen. Wo du drüber springst, Martin? Ja genau. Da sind wir drüber gesprungen. Ist der drüber gesprungen? Bei uns auf der zweite? Ja. Alcaraz, du stehst da oben, ne? Ich bin nicht oben, ich bin unten. Unten links. Ja, ist ein Player. Spieler. Spieler bei, äh. Bei Chrissy und. Er muss fliegen runter, wenn du wechseln. Der kann nirgends wo mehr hin. Ach. Ja. Ist er tot? Ja, 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 ja. Ist tot. Ja. Ich bin jetzt immer noch in der vier Halle. Nein, hoch aufs 40er Mech. Ich komme hier angelaufen. Ich bin Secret Stash. Roten in der Senke. Okay. Du hast doch eine Halle, äh, wo? Ich bin neben der Halle beim Secret Stash, dort an der Ecke. Ja. Und wer ist hier in der Halle dran, wo ich jetzt bin? Das ist die M4 Halle. Aha. Ich habe den nicht springen gehört, ne? Achso, da ist er. Ich bin hier. Wo sind die Schlüsse? Hinter uns links, das könnte ja Old Construction sein. Skeletten oder was? Oh, das kommt hin, das kommt hin. Das ist doch Fort Knox. Ne, das ist er, wo der LKW ist. Ne, ne, ne. Oh, nein, nein. Du hast recht, könnte Fort Knox sein. Soll ich Mama zu meinem Player? Sollen wir mal Fort Knox gehen, oder wie? Ich muss vorne rauf. Über die, äh. Wo das Heck? Ja, hier. Oh, juicy boy. Nice. Oh ja. Im K17, ne? Ja. 9.3 ist schon. Oh! Da brüllt er einen Rucksack. Nein. Ich habe nämlich keinen. Ich komme mal mit zu Eikadras. Oh, es regnet das, Alter. Ich bin auch, aber ich habe bloß noch 20 Mülle. Ich kann ja nicht so mit Rucksäcken hin und ... ... und mir auch schmeißen, weißt du? Ja. Äh. Du bist hier, siehst du? Kannst du hier nach rechts? Ja? Rechts pieken. Bam, bam, bam. Einmal gucken, ob das klappt. Ja. So kann das doch sein, dass da einer auf dem Platz war. Aber ich weiß. Ah, das war safe nicht, ja? Ne, das war ja nicht. Der hat laut geschossen. Gut, so geil sieht man das jetzt hier nicht so ein, ne? So, schmeiß mal kurz meinen Helm weg. Ja, aber du siehst, von da habe ich den Rechtschaller gekippt. Ja, 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 ja. Morty, willst du eine GSL haben? Ja, dann lass, let's go Richtung ... Ne, ich habe meine ... alles eingeschossen. Sie schon runtergeschossen? Im K17. Ja, wir kommen zu euch wieder. Ok. Ähm, ja, die kannst du aber noch mal reparieren. Die wurden neu. So, ich huppe jetzt Alt-Gas runter. Uh, M62 hat er drin in der 17er. Ah, es ist Schaff hier. Äh, Jungs, 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 stopp, 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 stopp. Ich bin hinter euch, ich bin hinter... Aber einfach mal du Hohensohn. Hier ist Schaff. Einer ist, einer ist, einer ist, Alt-Gas hinten am Zick, das ist hinten in der Ecke. Ah, Schaff? Player. Maybe. Ja, Metall? ich komme durch die halle in richtung brücke okay weil hier sind zwei neben der halle ich bin mit dem bahn schien ja ja alles klar bin ich bin ich grüßig grüßig ist ein paar glück metal rechts von mir kann nur dass er über der bahn schien gerannt ist Okay, lassen wir mal. Da war der rote Laser hier in deiner Wand. War ich nicht. Bestimmt ich. Ich schau mal den M7 Sessler. Ja, ich schau noch innen bei der Tanke. Links hin. Oh, die war gut. Die war gut. Du hast ihn gesehen? Der ist hinten links. Sieg es durch ihn. Ich sehe Sieg es durch ein. Fort Nox, Fort Nox, Fort Nox. Der ist aber auch schon offen. Die Tür. Jetzt mal auf, ich geh mal Stromhalle. Ja. Ich mach Strohgehalle, mach ich mich hoch. Ja. Das war die hier, ne? Ja. Hier ging es ja stehen. Irgendwer piept jetzt immer noch. Steffen. Ja, das ist die Pumpe. Die hörst du bis zu mir ins Mikro. Ich geh mal mit in die Halle. Ja, ihr seid dann zu dritt in der scheiß Halle drinnen. Das müsst ihr euch merken. Ich bin oben am Ausguck. Kommt man da irgendwie hoch, dass man durch die kaputten Glasfenster gucken kann? Ja. Müsst du hinter links bei dem Ohr und dann... Ja, ich hab oben. Player, Player, oben. Fort Nox. Komm mit. Okay, Roger. Komm mit, komm mit. Ich sehe nicht mehr. Der rennt jetzt gerade... Moment, Moment. Ich kann hier... Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, sehe ihn, sehe ihn. Ja, wo? Ist Minus, ist Minus. Ich hab ihn. Ich geh jetzt auf Gas pushen. Ja. Der hat zu euch geguckt. Da war auch juicy. Nice, nice. Ich seh nichts. Wo war er? Nach hinten hab ich gesagt. Beim Zaun ist er. Beim Zaun ist er. Nach links. Was ist der Zaun? Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Der oben ist... Der oben... Es geht beim Stash ein bisschen nach vorne. Der oben am Dings. Von wen redet ihr gerade? Der Gegner ist beim Stash, hab ich ihn gesehen. Der hinten hab ich... Welchen Stash? Welchen Stash? Der hinten. Scheißhaus, Scheißhaus. Am Scheißhaus hinten, ja? Ah. Wo? Ich bin das hier, Martin. Ich will. Wir sind jetzt an dem Zaunstor, was vorne ist. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, seh ihn. Ich hab ein Minus. Ich hab ein Minus. An die Züge, an die Züge. An die Züge. Am Zug links. Hier vor uns, vor uns direkt. Vor uns direkt hab ich einen. An die Züge ist da noch einer. Ja, ich seh ihn da hinten. Ich seh ihn. Ganz hinten am Zug, am Scheißhaus. Roger, roger. Gut. Fuck, fuck, fuck. Der rennt, der rennt runter. Oh, sch... Ich hab keine... Ich hab keine Ausdauer mehr. Riese. Ich pusch jetzt Richtung Sieg, du stellst dich unter mit Martin? Ja, der war oben an die Gleise. Ja, ja, ich werf Nade Richtung Scheißhäuser. Schön, stimmt. Die Granate war perfekt. Habe ich noch einer? Nee. Scheiße. Wer ist jetzt bei mir hier oben noch? Ich? Ich bin rechts von dir. Martin, hast du Nades? Ja. Gib mal eine, bitte. Ich seh ihn am Bagger. Er läuft Richtung Fort Knox rein. Ich seh ihn nicht mehr. Ist der rein schon, Fort Knox? Müsste er, ja. Er müsste unten reingegangen sein in den Tunnel. Ich hoffe, von euch hat keiner Bromann gemacht? Nee. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich nehm mich mal einen. Ich pushe von der anderen Seite. Okay. Hattest du geschossen? Ja. Ich hätte auch schießen sollen. Ich hab mir mal einen. Hattest du schon viel länger gesehen. Aber ich wusste nicht, ob das einer von euch ist. Ich hab mitgeirten. Sieh mal, wie man hier. Ich bin tot auf der Brücke. Einen habe ich da unten von der Nox. Auf der Brücke bei uns? Horobliwi. Ja, also ich war auf der Brücke hinter euch. Doch beim Gas-Test. Okay, okay, okay. Mein Flug. Ich bin runtergekommen und da hat mich gerade einer. Hattest du. Horobliwi. Martin, bleib mal hier. 5, 6, 1, M4. Ja. Ja, hier, genau. Ich bin hinten am Zug runtergegangen. Meinst du Old Gas Brücke? Ja, ja. Old Gas Brücke. Ja, dann will der aber auch dort raus. Nee, der kann ja Old Gas raus, ne? Old Gas ist offen. Ich färfe eine Red hoch mit dem Zug. Scheisse. Sorry, Lux. Alles gut, alles gut. Ich habe ihn nicht gesehen, nicht gehört. Ich bin genau da gestorben. Genau beim... Weisst du noch? Jetzt will er mich da looten. Er ist jetzt oben auf der Brücke, Jungs. Ja. Chris pusht ihn. Wir haben keinen Einblick von hier. Sollen wir ihn auch pushen? Ich versuche noch zu helfen. Nein! Warte, 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 ich... Wollen wir pushen? Ja, wir dürfen... Ah, nicht zu schnell runter. Das hört er. Der muss bitte an der scheiss Mauer sitzen. Ab Minus. Nice. Über die Füße. Ja, ja. Nein, das war der Kopf. Das war der Kopf. Ich sah aus wie Füße. Ich bin jetzt oben am Zug, ja? Okay. Jetzt müsste nur noch der in Fort Nox sein, oder was? Der ist gut. Es sind zwei in Fort Nox dauernd. Ja. Ähm, warte mal. Wir sind fünf Mann gewesen. Jetzt sind wir nur noch vier. Siehst, App 62 geht in der Böcke. Vier Player, da waren... Hier, ich bin hier unten. Ich bin das. Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich bin hier jetzt meinen Typen looten. Ja, sollst du einen Stroman machen? Äh... Ich hab keinen Key mit. Ja, kannst du. Ach so. Key. Ich hab auch keinen Key mit. Oh, da hab ich schon schnell gelogen. Ich bin oben an der Brücke. Nur, dass ihr Bescheid weiß. Okay. Ja, ja. Ich spring hier über die Mauer. Ich hab auch keinen Factory-Key. Irgendwas schießt noch Richtung Dings. Wir hilfst dir. Lass den Strom aus, Alcatraz. Ja, ja. Ich hab auch keinen Schlüssel mit. Wer ist Metall? Komm mal rein. Ja... Wer war Metall jetzt? Ich... Ich hab versucht den... Hab den Jump versucht. Hab nicht geklappt. Ich geh jetzt hoch zu den Zügen. Bin an den Zügen. Nix safe, Phil. Oha, okay. Nice. Ich hab dich gesaved. Ah, danke, danke. So. Darf ich mal. Gott Nox. Ja, das... Das Gav Player wieder. Ich geh mal meinen Typen looten. Der hat einen dicken Premium auf gehabt. War die Korin deiner? Ich hab den Korin, ja. Aber kannst du den haben, wenn du... 45 voll? Ah, ne. Ich hab den ACP Dings. Das ist die von hier, ne? Ja. Das ist deiner. Ich hab ihn gehadshotet. Naja, ich hab ihn auch gehadshotet. Und ich hab den hier gehadshotet, den hohen Kowal. Ich bin bei euch ja neben dem Zug. Ich droppe gerade noch für seine Staffel. Doch, doch. Was hat denn der für eine Woche... Was liegt denn hier hinten tot? Noch ein Player! Wer hat den gekriegt? Das guck ich jetzt kurz nach. Kein Taktik mehr mit. Ja, ja. Welcher ist Füll? Füll ist der da oben auf der... Pass auf! Soll ich was mitbringen? Die Korin ist noch voll? Die Korin nehme ich jetzt mit. Ja. Ja, ist noch ein Ullach? Naja, ich nehme alles mit von dem. Gut. Und wo sind jetzt... Wo... Wer hat hier noch einen Typen an... Fort Nox... Fort Nox... Fort Nox... Fort Nox im Keller. Ich hab ihn oben. Kurz vor der Schräge. Geh mal rein und guck mal. Ob alles safe ist. 4-8-20-Cursed. Da muss ich nichts unten liegen bei Gesäulen. Dein Exfil? Ja. Yes, Sir. Ist ja der Prestid... Der Exfil. Ja, klar. Müssen wir noch sein machen. Ja, ich komme drüber, Jungs. Ich bin da ein Schiss. Den hab ich genau oben bei der Schräge. Schön, M-62. So viel für einen Dialekt am Safe, ne? Decks, Decks. Außer deinen Exfil, den schmeiß ich jetzt nicht weg. Ich spiele den nicht. Ich hab den Faceship. Bitte ins Fort Nox. Der hab mich nicht gebraucht. Hier oben. Gößer. Ah, ja. Oh, nice. Mk-17. Hauptscherz, wer hier? Martin, hast du den schon leer gelutscht? Oh, Sechserwester. Nice. Jo, willst du die mitnehmen, Tony? Die Sechserwester? Äh, nee. Kann Martin mitnehmen. Kann Martin mitnehmen. Nice, nice, nice. Du kannst alles mitnehmen, Martin. Du kannst alles mitnehmen, Martin. Du kannst alles mitnehmen, Martin. Wir haben die Marke. Martin braucht keine Weste, der braucht nur eine Kanade. Also hier unten, der hat auch noch eine G28. Und eine Korund. Ich lutsch den mal an. Warum nimmst du dann nicht die Weste? Weil der kann die Weste mal wo? Der David hat dich doch gefordert, dass er haben willst. Nö. Und da tropzt sie. Quatsch. Jetzt da. Ich dachte, das geht nicht mehr da. Oh. Scheiß Regen. Wer kommt gerannt? Wer rennt? Ich spinne das. Okay. Ich laufe jetzt ganz langsam. Strom angemacht nicht, ne? Nö. Wir haben doch keinen Schlüssel. Wir sind sowieso nicht raus. Haben wir Old Gas? Nö. Wir müssen Ruhe auf raus. Dann würde ich schon mal Richtung Extract gehen. Sind alle hier? Ich bin Fortnox. Ja. Ist ja auch. Es ist unverlust los. Da war ich noch zu Hause. Ein Tag hat Essen aus. 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 Er wurde getroffen. Ja. Hast du den Martin? Ja, ich habe den Bier zu sehen. Okay. Sag das doch! Ich kann auch. Auch hier tragen eine Schaffung. Ich helfe mir nicht meine Betriebe und Martin. Ich werde Martin da hinten alleine rumlosen. Ich komme rüber, Morten. Wo ist das, Kev? Ist das noch irgendwer vom Lobs? Du bist wie um mir, Toni, ja? Ich bin jetzt... Nur einer gebrochen. Willst du die Tankstelle drinnen? Ah, schon. Nie rüber rein, Morten. Der ist links mit dir. Hier ist noch einer. Den habe ich getötet. Boah, Alter, das Scheiß-Zauern hier. Der Scheiß-Renten macht mich ab langsam. Ab und zweit. Achst du? Ja. Ich gehe mal Richtung, äh, Medic. So, komm an. Komm her, Morten. Ich habe Zeug für dich. Ich nehme das mit. Machst du nicht den... Ach so, das habe ich nicht. Komm her, ich gebe dir was. Du hast erstmal einen schönen Helm. Du hast auch noch eine sechster Weste. Ja. Was hast du für die Knifte? Äh, eine MPs. Okay, äh. Ach so, ich kann jetzt bei den Lippen und Morbel. Ach so, hier ist ein paar Kopfhörer. Kannst du aufsetzen, tauscht es aus. Du ganz ehrlich, bevor ich ja MK70 spiele, da spiele ich lieber DT oder SR. Das ist ja absolute Sichtbehinderung, das Ding. Ist es soweit? Ja. Was mit der Gesell? Die Gesell kriege ich ihn weg und ich brauche ihn für 1000. Achso, das ist die für den ersten Player vorher? Die Kopfhörer, die Kopfhörer? Rausen. Ich bin immer noch... Hast du deine eigenen? Die ich gerade hingeschmissen habe, ne? Also, ja, ja, mit den Surteens ist der Regen leiser. So. Neck dir das Bogen machen und Regen lauter. Ihr seid schon hinten? Ich bin auf Fortlobs. Okay. Wir sehen gerade alle Züge, wir machen ganz hinten am Zaun lang. Jo. Dann laufe ich nicht mit dem Fahrer. Ja. Ausdauer. Wer schießt? Ja. Bei dir? Bei dir? Ja. Player oder was? Ja. 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 Du warst komplett schwarz. Du hast vor der Postkopf gehabt. Das war ein scheiß Player. Hast du ihn? Nein, ich bin tot. Hast du ihn? War ein Scaff Player? Ja. Wo sitzt denn der? Bei den Bussen am Medic. Okay. Da bin ich gefahren. Ich bin neben dem Bussen. Bei mir? Bei den Bussen am Medic. Meine Waffe war... Meine Waffe war... Ich bin bei Metal. Ja, dort irgendwo. Ja. Warte, warte. Äh... Chris. Ja, genau da vorne. Ich bin neben dem Container hier. Links. Chris. Was? Die haben vier Scheiß, Mann. Ich seh den nicht. Mann, da ist genau zwischen Bus und Wand. Links, links, links. Du musst mehr links gucken. Dort dazwischen. Okay, ich bin vor. Bei den Bussen vorbei. Ja, ist vor dir 10 Meter. Dort. Dort ist er irgendwo. 10 Meter. Rechts. Rechts, hinter der Bus. Ja. Ist hier, ist hier. Nee, nicht rechts hinter der Bus. Gerade hinter der Mauer. Hier. Minus. Haben. Warte, guck mal kurz nach der Mauer, ob der immer noch einer ist. Ja, da ist noch einer. Dann save mal meine Mutant, bitte. Ich mach... Ist doch einer, der ist doch einer. Hier links. Links. Links in die Brüssel rum. Oder hier rechts in die Brüssel rum. Guck hinter der Mauer war der. Oh. Ähm. Ich hab gesehen, ja. Da hast du drüben meine Pommes gefunden? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Habt ihr den jetzt down? Ja, der ist down, der eine. Wie gesagt, einer ist noch... Richtung Exit. Von uns auszusehen. Ich hab keinen Nails mehr. Martin, hast du Granaten? Nee. Scheiße. Scheiße. Oh, da hinten rennt was. Oh, rennt was. Dankeschön. Was ist da hinten? Ah, ich bin an der Pommesbude jetzt. Cooler. Oh, cooler. Geil jetzt. Das ist dann der Scaffplayer, der erlabert, oder? Ja. Ich bin mit Martin an der Busse. Was ist denn da hinten? Ihr Granaten! Keine Ahnung. Ach so, das ist sicher für euch. So, Jungs, macht nicht mehr so doll. Bis später. Danke fürs Staffshaven. Ja. No Problem. Ciao, ciao. Ja. Ich will mit dem Kunden heute Morgen. Ja, der ist an dem, wo wir hin müssen. Kriegt er aus den L-Schüssen, oder was? Ja. So, ich geh jetzt Medic rein und geh Medic hoch und guck, ob ich da irgendwas machen kann. Martin, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Martin ist Richtung L. Ja, aber rechts oder links? Der ist an dem Film, also an dem, jetzt rennt doch. Das bin ich? Also. Da war gerade was an dem, genau da hinten, wo du dann kaltest. Du heilst dich? Hörst du dich? Kann man nicht einfach richten Ruhe raus einfach nur. Wenn die das da raus macht? Was ist, habt ihr jetzt den Player mit, den Player Scaf nicht hin oder kippt nicht da? Ja hier vorne schießt einer, ey. Hier muss ein normaler Player sein. Äh. Du brauchst das doch hier vorne. Wer? Das war jetzt kein normaler Scaf mehr gelaubert hat hier vorne. Das ist glaube ich die Reichhalle auf der Baustelle. Ach, hier ist der. Ach so, der darf nicht. Aber Baustelle seh ich nichts. Ich guck von dem Medic umhüber. Ich bin hier am Drohspruch. An dem Linken jetzt. Ja, ja, ja. Zum Garage. Ich bin jetzt hier bei Tonys Staff. Ja, ich bin jetzt oben im Medic, genau. Ja, der muss ja, der muss den ja dabei haben. Ja, der hat seine Mutant. Oh, ich. Das klang, aber wie rasch hat er auch klang das? Das war uns Scaf hier. Ich hab das Scaf Richtung Baustelle weggemacht. Der hat zu schnell gelaubert. Links ist auch noch einer. Ja, jetzt kann man halt die ganzen Scaf klären. Das ist ja das Problem. Die ganze Visier ist so langsam. Wer ist denn das? Wer läuft an der Mauer? Ja, da kommt einer rein, da kommt ein Scaflayer Der kommt in eine Richtung, Martin Er ist durchgerannt Schuhe dran Er springt Irgendwo rechts an der Garage Ich seh, ich seh Ich hab ihn So, können wir jetzt ja euch das Zeug schnell wegdrucken Ja, ja, ja Dann kommt kein Lust noch, die scheiß Scaflayer Sieben Minuten Oh, Alter, jetzt geht's vorne los mit den Scafs, oder was? Der nächste Der nächste Was sagst du, Martin, sag das doch Hier ist einer mit der Hand Der ist im Durchgang, Alter Klar Das ist doch kein normaler Scaf Du stehst im Durchgang, am Fischen, oder was? Genau, im Durchgang, genau Ja, im Durchbruch Der nicht den da tut, der nicht den anderen Nee, da muss noch was sein Guck doch mal links an die Ecke runter Da hat schon grad was bewegt Da ist Martin Ja, bisschen rechts Dort, oder? Bleib... Nee, bleib nur auf der Kante dort Hier? Dort, dort, dort Wie wichtig ist der Busch? Okay Der ist von hier nach da gemoved Der ist so gemoved Das hab ich gesehen Also, auf jeden Fall hab ich irgendeines Rad umgepackt oder irgendwas Oh, hier ist noch einer Haben Alter, was ist hier los? Ja, deswegen raus Die treffen wir ja immer hier Ja, ja Aber du wisst Das fällt aber mehr Die müssen ja auch raus Er sagt ja, deswegen raus Du musst erstmal da vorne durchkommen, Alter Von drüben schießt sie auch vor den Nox Vor den Nox, oder? Ja, jetzt schießt sie auch noch Alter, ich hab keinen Bock mehr Ich will heben Hör mal hochhielen hier, Alter Ich seh von den Nox nichts Sorte, kaputtes Socken hat er Von Nox seh ich nicht, Alter Er hat aber was geschossen Können wir nicht einfach rausmachen, Schirn, Junge? Ja, wie denn? Du musst da vorne durch Ja, ich hab ihn vorne am Durchbruch halb weggemacht Am Durchbruch halb weggemacht Ich krieg' n'loses Fragfoil hier die ganze Zeit, Alter Ich will hier bloß nachher heben, Alter Ich hab gute Stuff Ich hab hier so gute Stuff, Junge Ich hab M4 und alles, Junge Was denn jetzt? Hab ich den Schmutz abgebrochen, Alter Boah, diese verpickte Scheiße Das war noch ein ganzes Mal Martin, bist du noch an der Mauer? Ja, doch nicht da noch Warte mal, aber wenn ich aufstehe, hab ich die Bühne gekriegt Fragfoil von irgendwoher Dann muss man Hallo sagen Dann gucken sie vielleicht Ja, wenn Christian mit der Hunter gekriegt hat, ist er nicht leicht Ich hab einen weggemacht mit irgendeiner Schuffhinter oder sowas Ach komm, Alter Alter, give a fucking shit, Junge Hab ich jetzt gehen Ja, ja Uuh Okay So, Martin, ich bin jetzt gleich bei dir, ja? Hm? Martin Wir gehen da jetzt gleich bei dir rum Hm? Abfahrt Warte, ich hab meine Nades Ich bin jetzt schon drüben Okay Lass bitte sie schnell stecken Ich komm jetzt drüben Hopfen wir nicht so auf den Pfeiler, Martin Ich hasse das Da sind ja auch schon Häuser Ich muss jetzt erstmal ordentlich hätte dampen, Alter Alter, ich muss das denn hier los, Alter 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 Du kannst du drauf krissen Dort da drüben Ich wehe jetzt da rechts oben, ich wehe Musst du auf das kleine das springen Ich wehe Ich wird es dir zeigen, aber ich werde es einfach besser raus am Lauf Also die Wunde, die wäre es schlubbisch Komplett hochladen Ja So karotisch gewesen ich hatte zwei player ich hatte zwei ich hatte auch zwei kopfschuss kopfschuss bei einem der level 40er steffen sagt du hast du dir jetzt unsere knochen mal gepolzt hat doch die hartfresse rumgeguckt junge du hast da aussetzt auf den fuß geschossen das habe ich gestern die macht